moin se meine freunde und herzlich willkommen zurück zum centerstation simulator ich füge jetzt die letzte elektronische karte ein und habe die große karte knuffig schnuckelig so soll es sein einmal dahin du darfst mir aus dem weg gehen so was wollte ich denn noch haben was wollte ich denn machen was waren das noch mal ach ja moment hier so einmal da gucken so eine erweiterte elektronische so richter und widerstand auch wir gut bekommen so jetzt richter und widerstand wie wo bekommen wir die her weil hier elektrische gießerei richter zweimal eisenbarren das heißt hier stück acht eisenbarren ok kriegen wir doch so komm her acht eisenbarren 1 2 3 4 4 6 7 so schnell war so hier bleiben nicht einfach abdampfen 6 ok passt noch einer und noch einer und der letzte jetzt haben wir den trichter und nun fehlt dies andere zeug dann noch ne der widerstand das sind dreimal kupferbarren das heißt 12 jup 12 fast fackelt und hat luft nee 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 freundin so haben wir nicht gewettet und 6 das ist uncool da war einfach gleich da rein sparen wir uns hinterher den weg 1 2 3 4 6 so entschuldigt ich muss ganz doll niesen gerade und durch meine halsschmerzen ist das natürlich ein maturium ich habe die nämlich immer noch satz sie noch nicht gravierend verbessert so fertig die kiste sehr schön wach jetzt ist mir aber auch schlecht vom hin und her flitzen hier juiui ok so was brauchen wir gold kupfer ok dann kommen wir her ja so gold hier machen wir direkt mal 40 so bitteschön so und kupfer habe ich gesagt kupfer haben wir hier kupfer ist nämlich sehr sehr wenig das hier übrigens meine freunde ist die sonntags folge bedeutet für euch nach dieser folge müsst ihr wieder ein zwei oder drei wochen warten bis es wieder eine neue folge hiervon gibt wenn ich noch welche machen sollte oh gott ich schmeiß den kram hier mal rüber hier zu muß irgendetwas や gold nur noch da das nehmen wir alles mit rüber ach so hier passen wird sonst sicher und jetzt nur noch 16 nicht wahr er müsste das hier drüben eigentlich komplett passen oder ja könnte sein so kupfer okay hier heißt das zeug hier aluminium das brauchen wir denn auch mal demnächst wieder so bisschen was davon okay aber meine freunde ich bin heute um halb fünf aufgestanden heute mal keine spätschicht wie er auch hier auf der wie auf die uhr gesehen habt wir haben 20 uhr acht und was sie jetzt 14 das jetzt mal auf die uhr geguckt aber was ach so 2014 und normalerweise bin ich da noch auf arbeit da mache ich noch meinen arbeitsplatz dann soweit fertig ja was ist nun los so 1 zwei drei vier fünf 1 2 3 4 5 so haben wir das okay und ob alle ihre beine ins auge gegangen habt ihr das gesehen so der läuft hier läuft nichts weil eine saat aber kommt ja jetzt gleich okay hier ist wieder nachschub gekommen so hier haben wir voll soll ich noch mal sand oder was haben wir hier drin immer aus der kleinerten stein so ist das okay das ist so gut okay okay hier schnitzel es ist fertig oder in den quark da mal rein das kommt hier und der kommt davor in der mit gehört da nicht hin der könnte hier hin so bitteschön jetzt muss ich aber langsam mal ich muss mir auf screen mal aufschreiben was ich jetzt schon alles habe und was ich noch hinstellen muss weil dementsprechend muss ich hier ja ausbauen und die dinger basteln und eventuell noch mal so ein paar wände hier einreißen damit wir genug platz haben für alles damit hier unser gartencenter wird nicht wahr doch schick aus wenn man hier so so von der seite guckt ja finde ich definitiv so komm mach hin wir essen zeitig so brav toll gemacht essen keks nächste woche so schien schien okay wir brauchen definitiv hier 10 und nochmal 10 für bäume die würde ich dann hier drüben hinpeilern oder und mal gucken wie das ausschauen werde würde noch hier so kleines beet ja okay die sind hier alle so weit aneinander wie es möglich ist dann kommt der nächste direkt da dran und wie viel wir schaffen hier kriegen wir nicht viel hin vier fünf vielleicht ein sechsten noch vier sechs haben wir okay meint ihr für räume reichen sechs eigentlich nicht oder so wir haben hier jetzt also 16 insgesamt 16 wenn wir davon jeweils dann 8 machen würde Baum bis hier gehen und der Rest ist das okay ja da würde ich das abreißen zack zack das ein bisschen rüberschieben genau so dann machen wir das doch so 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 ja wird das hier nichts oder was gut weg mit dir ich hole mal eben mein allzweckwürfel öhö wo hab ich denn ach da ist das zeug okay muss gleich mal gucken wo ich den Bambus hingerollt habe äh hingepackt habe da kommst du mit dankeschön ist aber braver Bambus ganz toller so hm 17 einer fehlt irgendwo noch irgendwo kullert hier noch einer rum äh da vorne liegt da doch komplett übersehen das Ding so 18 perfekt hui kommt ja hier hin ja da passt es nicht mehr dann nehmen hier so tschüss okay jetzt sammeln wir den Bambuskram mal ein so gibt hier noch irgendwo irgendetwas nö ne gut dann weg damit und dann haben wir wenigstens 8 zu 8 so Balla das konnte ich nicht sehen wie viel wir da haben Mist okay so 1 2 3 4 5 1 2 3 und 5 perfekt so den haben wir gepflanzt der kommt da gleich durch also wenn es dann halt so weit ist ne da kam nichts mehr raus weil nichts mehr da ist okay dann äh bitte da einmal hin ich danke dir ich danke dir vielmals so genau und hier jetzt einmal die 4 gut hier weg das Ding mal eben aus der Ecke raus jetzt hier auch die 4 und da auch die 4 einmal beiseite und das Ding gebaut so 1 tue mal beiseite okay und der letzte hier okay so und hier zwischen kommt jetzt das Wasser Teil ähm Wasser okay einmal andersrum bitte so perfekt so sieht's aus so kommen wir hier vorne her okay wie du wie du die so bäumchen hier unten ne weintrum da bäumchen so dann geht ab die Luzi 1 2 und Wasser und Wasser so den Kram lassen wir erstmal stehen das hier ja freue mich da mal auf in den nächsten Wochen bis die nächsten Folgen anstehen so wie ich sehe ist auch schon Feierabend na so einmal rein okay gut meine Freunde das soll's dann erstmal für diese Woche vom Center Station Simulator gewesen sein ich wünsche euch alles Gute genießt alles was ihr habt wenn's euch gefallen hat lasst sehr 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 gerne einen Daumen nach oben da ja äh kommentiert abonniert damit ihr nichts verpasst ab morgen kommt wieder ein neues Spiel ich weiß noch nicht welches eventuell Supermarkt Simulator oder was komplett anderes ich muss mal schauen was sich da so anbietet ja es sind ja ein paar neue Spiele gekommen jetzt ähm wir werden's sehen also ich wünsche euch was meine Freunde einen wunderschönen Abend und Tschüssi Mont soir Hans 閻 20 21 25 23 28 25 25